Wir haben ein Hotel aus Russland, das Russische Team. Norwegen, Sweden, China. Und als nächstes begrüßen wir unsere Gäste aus Syrien. Viele meiner besten Freundschaften sind bei meiner Gäste. Wir sind auch ein Teil unserer schönen Bayern. Und jetzt erkläre ich die 56. Militär World Championships in Military Pentathlon der International Military Sports Council. Wir sind auch ein Teil unserer Gäste. Wir sind auch ein Teil unserer Gäste. Wir sind auch ein Teil unserer Gäste.